Mein erster Video Tipp für heute, diese Landschaft auf der Gelplatte gedruckt, etwas für Anfänger und Schritt für Schritt erklärt. Wenn ihr das Video sehen wollt, klickt einfach auf das i oben hier im Video oder auf den Link unten in der Beschreibung. Im Video bekommt ihr eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit der es ganz leicht ist, diese Bilder umzusetzen. Diese wunderschönen abstrakten Blüten sind mein zweiter Video Tipp. Du erhältst wieder den Link oben unter dem i, den Link direkt ins Video. Verschiedene experimentelle Techniken werden kombiniert. Klicke einfach auf die Links entweder oben im Video oder unten in der Beschreibung und du kommst sofort auf die Schritt-für-Schritt-Anleitung zu diesem Bild. Wenn du über Neuigkeiten und neue Videos immer informiert sein willst, dann klicke einfach auf mein Foto und abonniere ganz kostenlos meinen Kanal. Bis dahin!